Guten Tag, ich will euch all vertellen, vor allem die Messer und Söring-Senske in vieler Gängen es. Und vor dessen, wir hören euch, was am Solarstrom einmog auf der Solarstrom, wo wir kennen. So, ich will euch, Ja, das wäre das. Das ist ein Gebiet von Bosch, der hohe auch alle Betonbeauftragten treffen. Der kann auch gar nicht mehr aufbauen. Und das ist auch nicht so, dass er auch mit Säurek-Senskinen lobt. Ja, und was von der Satelliten-Speiluhrs geht? Das ist jetzt nicht so gut zu sehen. So, ja, nicht hoch, dass ich will, was weht. Wofan ist drohen Morgen? Böden hohen wir das 650 WP-Solarpaneele. Und hier kommt der Strom in. Die Uhr reilt über 12 Volt. 30 Ampere. Kennt ihr die Uhr? Die Uhr läuft langsam knapp. Jetzt sind wir 12 Volt. 12 Volt mal 3. 3 sind noch 60 Watt. Da reilt bei 80 Ampere auf. Das geht. Wann er legt es? Da kennt gar nicht die hele Strom, die ihn. Wann ist henskinen? Die hele Kraft geht. Ja, und hier geht er legt ein Loch mit 12 Volt. Ist von Auto. Das ist auch von Segering. Hier hohe ich vor Jürgen, das Licht. Da hohe ich mein ... ... in der Gang Miesmelder. Wenn er verbickert, da geht das Licht an. Man, das ist nicht. Das gehe ich ... ... wenn das ... ... die Lamp werden stecken. Und da hohe ich hier. Morgen. Ja. Batterien kommt da hoch. Ja, was kommt von der Strom? Ja, das gehe ja ... ... zum Hohen. Ich kann ja eigentlich alle Wegen ... ... trieb mit 60 Watt Brücke ... ... und da muss ich dann Puffer hoch. Wann ich ... ... ihnen die EVS stüren will. Und dann lohnt er sich ... ... da fährt einem 30 Cent von der KW ... ... und dann mit hohe ich soxen. Ja. Wider kann er das nicht, wo ich losse. Oder er hat sich in der Anlage gehofft. Das ist dumme Tüch. Und darum ... ... es ist ... ... auch da ich ... ... gerne eine Eilersanlage. Und in der Eilersanlage ist die Batterien hoch. Wie es sind ... ... 1, 2, 3, 4, 5 ... ... sox. Weil hier noch Ampere stünden. Die Stuhl mit der Batterien ... ... da kommt er nicht öt. Man ... ... hat legt noch ... ... wann ich ... ... nach dem ... ... Kopp Koffi-Muge will. Auf Kopp Tee. Der holt Strom vor. Man ... ... fuhl mal. In der Kölzburg kann auch ... ... Jens auch nacht lob. Wann ich ... ... Sensky in Gorbessen ... ... ist der ... ... Jendai in der Öladei will ... ... wo ... ... ja, da kann er nicht möge. Das ... ... kommt er nicht öt. ... gefahren. Man ... ... äh ... ... ich zähne einmal ... ... zufrieden. Ja, und hier kommt ... ... das Stromballer öt. Das ist ein ... ... Excel-Rotter ... ... mit 3 KW. Kennt ihr? Und ... ... äh ... ... Jens von ... ... Kurv-Türk ... ... hat er auch ... ... KW-Mann. Das ... ... kann er nicht öt. Das liegt ... ... weil die Batterien voll sind ... ... und wo Strom ... ... hat er reinkommen ... ... von Sensky in ... ... da liegt mit ... ... Kompressor. Mit jen kommt er auch ... ... KW ab. Ich kann ... ... die ... ... Ohrhammer-Brücke ... ... und ich kann ... ... Koffe-Köge. Das ist eine ... ... Kögeplatte mit 5,5 Watt. Hier ist ein ... ... Weder-Köge mit ... ... 10 Watt. ... mit 10,1 ... ... wenn ... ... 10,1 ... ... in Ordnung ... ... ohne ... ... Hongkünse. Die Berger ... ... Mann ... ... der kann ich ... ... als ... ...iberiberer ... ... Ich ... ... den Liedern ... ... mit diesen ... ... Pfüffchen ... ... oder ... ... der Gäu ... ... und ... ... 10,1 ... ... können ... ... und ... ... ja ... ... mit ... Das ist auch das Greenmobil, kann ich auch vor der Opfer auf der Dive, wenn es ernst geht, bringt es leicht. Nun werden wir jetzt von Taui, in Schürcht. Ich bin mit der Runde Taui, auch mit einer extra Taui-Maske, in der Ohegeck. Und der muss gleich einen Liter Wetter-Ware machen. Ja, loken wir, wir treten kommen mit Sox-Volt in den Batterien. Das ist die Spannung, das wird 10,10 kW, das ist die Tabakadelle. Ich kann nur wissen, dass das klingt. Wenn das Loch über den Achterrand kommt. Fünfteilen, vierteilen kommen wir zu oben. Ampere kommt hin, das kann knapp Uhr. Wir fotten sie. So, das hier ist der Loch. Wir können die Költen wieder hier hin. Das Licht war die Säge. Das ist von 12 Volt. Ja, dann probiere ich's am Bett. Hol wieder, bitte. Verzeihb ihn. Oh! Nun, jetzt sind die Zigaretten, die das verbühren. Kommt dann auch hin. Guck! Da kommt ein Stück da hin. Läuft's aufstun da? Söldring Sänskin. Und das ist mein Licht von Söldring Sänskin. Ich hab das für heute ein Loch, wo ich von der Telltung. Der Herr hat alle Wegen gelegt. Ich legge ihn an das Beil und taue er im Sälof. Ja, und wenn Strom auch ist. Wenn ich auch voll aufbacht habe. In Sendai auch so was. Da hol ich auch den 1,1 kW. Köger. Mit einem hoher Läuft. Da lehnt das auch, dass ich mit dem Sälof taue kann. Schau. Schau. Den hier haben wir alle Nacht. Und den erlegt. Wo ich die Hühle runter. Und er runter nämlich das Strom von der EVS. Und bethole den.